Wir sprechen heute mal über destruktives und nondestruktives Arbeiten und bevor du abschaltest, weil du sagst, interessiert dich nicht oder du weißt schon alles, guck dir zumindest die ersten paar Minuten an, weil ich möchte natürlich erstmal erklären, was bedeutet das, was ist das eigentlich und ich glaube, das ist das aller allererste Video, was es überhaupt gibt. Wir werden wirklich mal ein bisschen tiefer eintauchen, für wen ist das eigentlich wirklich relevant? Ja, es wird so einen großen Hype darum gemacht, dass man auch total vergisst, mal darauf einzugehen, für wen ist das eigentlich wichtig oder für wen kann das wichtig sein und vor allem, warum? Du hörst eigentlich immer nur, nondestruktives Arbeiten ist wichtig, du hast die volle Kontrolle über deine Bilder, kannst jederzeit alles ändern, stimmt so weit, unterschreibe ich auch so, aber wir müssen irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen und gerade wenn du jetzt Einsteiger bist, dann wirst du mit solchen Themen konfrontiert und bist eigentlich total bevorderst, weil du weißt eigentlich gar nicht, wo du ansetzen sollst. Für Selbstständige oder Angestellte einer Agentur, die halt wirklich für Kunden arbeiten, da sieht das anders aus und genau so ist das ganze Video jetzt hier auch aufgebaut. Wir werden jetzt mal kurz allgemein darüber sprechen, was ist das eigentlich, warum entsteht dieser Hype oder was bedeutet das eigentlich und dann gehen wir mal differenziert rein. Das heißt, wir gucken uns im ersten Teil, gucken wir uns dann an, warum es für dich als Selbstständiger oder Angestellter einer Agentur, einer Retusche-Agentur mit Kundenkontakt oder auf Projektbasis innerhalb eines Teams elementar wichtig sein kann und ist und wie das eigentlich für dich als Privatperson aussieht. Okay, und da tauchen wir mal ein und das schauen wir uns jetzt mal differenziert an, also nicht wie in den meisten anderen Videos, dass wir das große Ganze immer alles in eine Schublade packen und dann machen wir sie zu, sondern wir machen das jetzt mal ein bisschen getrennt voneinander und schauen mal, wie das Ganze eigentlich miteinander funktioniert und für wen das eigentlich so funktioniert und am Ende gebe ich dir nochmal ein paar persönliche, ganz wichtige Worte zu dem ganzen Thema. Also bevor du jetzt dann auch urteilst, schau dir bitte das ganze Video bis zum Ende an, weil am Ende sage ich dir nochmal ein paar wichtige Dinge dazu. Okay, also, lass uns mal loslegen. Warum erzähle ich dir das oder warum kann ich dir das erzählen? Pass auf, ich bin jetzt mittlerweile seit über 16 Jahren als Bildbearbeiter in der Branche unterwegs. Das heißt, non-destruktives Arbeiten ist für mich eigentlich Routine. Ich muss da nicht drüber nachdenken, ich weiß, was ich in welchen Steps machen kann und wie ich halt destruktive Wege so ausheben kann, dass sie am Ende non-destruktiv sind. Ja, ich kann Photoshop mit InDesign und Illustrator verknüpfen und zwar so, dass auch das eine non-destruktive Arbeitsweise mit sich bringt. Und deswegen weiß ich halt auch, dass viele Informationen, die du halt überall mal so kriegst, entweder nur halbherzig sind, nicht ganz richtig sind, um es mal vorsichtig zu sagen und teilweise auch einfach überzogen sind. Ja, weil, wie gerade schon gesagt, wir haben vergessen oder es wurde vergessen, das Ganze auch wirklich mal zu trennen. Bei Privatpersonen und irgendwie kommerzieller Ausrichtung, das sind natürlich zwei andere Herangehensweisen. Ich würde natürlich, gleich vorweg gesagt, empfehlen, dass du auch als Privatperson sehr schnell lernst, non-destruktiv zu arbeiten. Aber ich gebe dir jetzt auch gleich ein paar Beispiele, warum die großen Versprechen oder die großen non-destruktiven Tutorials dann plötzlich ganz schnell destruktiv werden, ohne dass wir das merken. Und das ist was sehr Interessantes und das gucken wir uns auch gleich an. Aber Schritt für Schritt, was bedeutet eigentlich destruktiv und non-destruktiv? Pass auf. Letzten Endes beschreibt es lediglich den Aufbau deiner Bearbeitung, das heißt deiner Datei, deiner Photoshop-Datei. Das heißt, destruktiv ist der Zustand, dass du dein Bild so bearbeitest, dass die unterschiedlichen Schritte, die du tätigst, zwar aufeinander aufbauen, aber jeder Schritt für sich alleine steht und jeder Schritt ein abgeschlossenes Bild quasi ist. Stell dir vor, du hast fünf Ebenen und alle fünf Ebenen haben eine andere Veränderung. Aber jede Ebene steht im Prinzip für sich. Das heißt, selbst wenn die oberste Ebene eingeblendet ist, da wo du die Kontraste verändert hast und du blendest die unteren vier Ebenen aus, dann hat sich dein Bild nicht verändert, weil die oberste Ebene eine abgeschlossene Bearbeitungssituation ist. Bei der non-destruktiven Arbeitsweise, wir gucken uns das gleich in der Praxis an, bei der non-destruktiven Arbeitsweise ist das genau andersrum. Das heißt, die unterschiedlichen Bearbeitungsschritte bauen aufeinander auf, aber sie sind so im Konstrukt aufgebaut, dass du einzelne Ebenen deaktivieren kannst und jede Handlung, jede Tätigkeit auf unterschiedlichsten Ebenen, die du vornimmst, hat Auswirkungen auf dein Bild. Lass uns das mal kurz in der Praxis anschauen. Ich habe jetzt mal dieses Bild hier geöffnet und ich zeige dir mal, was ich meine. Ich füge mal alles auf eine Ebene zusammen. So, und sagen wir mal, das ist jetzt unser Ausgangsbild, so haben wir unser Bild geöffnet. Jetzt gehen wir her und wollen zum Beispiel etwas retuschieren. Also kopieren wir uns die Hintergrundebene, das ist etwas, was du ja wahrscheinlich am Anfang sehr, sehr schnell gelernt hast. Wenn du eine Bearbeitung vornimmst, dann niemals auf dem Original arbeiten, das ist ganz wichtig. So, und jetzt nehmen wir uns mal irgendein Retusche-Werkzeug, das ist auch vollkommen egal, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Und jetzt werden wir hier einfach mal, ich mache hier einfach mal drüber. Das wird jetzt grausig aussehen, aber das ist vollkommen egal. Hauptsache wir sehen jetzt gleich mal eine kleine Veränderung. Hier habe ich den Träger weggenommen und das sehen wir, wenn ich die Ebene verändere. Jetzt gehe ich her und füge alles wieder auf eine Ebene zusammen. Und jetzt gehe ich auf Bild, Korrektur und sage Gradationskurve, weil ich möchte hier vielleicht die Kontraste stark verändern. Okay, jetzt habe ich das direkt auf der Ebene gemacht. Jetzt wurde natürlich auch die Farbe mit verändert. Ich wollte eigentlich nur die Helligkeiten. Da gibt es jetzt einen Trick, wenn du direkt auf deiner Ebene arbeitest und zwar gehst du auf Bearbeiten und dann Verblassen. Weil wenn du nämlich auf Verblassen gehst, dann hast du die Möglichkeit, auf deinen letzten Schritt, den du auf deine Ebene angewendet hast, nochmal zugreifen zu können und ihn in den Einstellungen zu verändern. Und jetzt können wir hier die Gradationskurve, die wir hier im Ebenenstapel nirgendwo finden, in den Modus Luminanz stellen. Und zack, wird die Farbveränderung nicht mehr mit berücksichtigt. So, ich bestätige das mal und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist eine absolut destruktive Arbeitsweise. Das heißt, wir haben drei Ebenen und alle drei Ebenen stehen für sich. Wenn ich jetzt beispielsweise die zweite Ebene ausblende, wo wir den Träger rausgenommen haben, dann hat das keine Auswirkung auf unser Erscheinungsbild. Obwohl wir auf der mittleren Ebene den Träger rausgenommen haben und auf der obersten Ebene haben wir die Kontraste verstärkt. Wir können nicht beides getrennt voneinander rausnehmen. Wir können entweder den Kontrast komplett rausnehmen, dann verlieren wir die Kontrasteinstellung. Aber ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit, nur den Träger rauszunehmen und die Kontraste beizubehalten. Das funktioniert nicht. Und das ist destruktives Arbeiten. Das heißt, die Schritte bauen aufeinander auf, aber jede Ebene steht für sich. Und ich habe keine Möglichkeit, einen Veränderungsstand zu irgendeinem Zeitpunkt rauszunehmen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze auf nondestruktiver Basis aussieht. Wir haben hier wieder unser Ursprungsbild. Also Ebene 1. Angenommen, das hast du gerade geöffnet. Und jetzt legen wir uns mal eine leere Ebene an. Und diese leere Ebene werden wir jetzt auch mit unserem Retusche-Werkzeug einmal bearbeiten. Und dazu achten wir einfach darauf, dass hier oben dieser Haken aktiviert ist. Alle Ebenen aufnehmen. Und das bedeutet, dass wir auch auf einer leeren Ebene tatsächlich retuschieren können. Weil nämlich die anderen Ebenen als Bezugsquelle hergenommen werden. So, und jetzt gehen wir mal her und jetzt machen wir genau das Gleiche. Das heißt, ich mahe hier nochmal drüber und nehme den Träger raus. Zack. Und jetzt haben wir hier auf dieser leeren Ebene den retuschierten Träger. Okay. Und jetzt fangen wir mal an, wieder über eine Gradationskurve, allerdings als einzelne Einstellungsebene, die Kontraste zu verändern. Also, machen wir das mal so. Und auch hier wollen wir wieder vermeiden, dass die Farben verändert werden. Also, gehen wir auf der Gradationskurve in den Ebenenmodus Luminanz. So. Das Erscheinungsbild ist ähnlich zu dem, was wir gerade konstruiert haben. Aber, schau dir die Konstellation jetzt hier an. Wir haben jetzt folgendes erzielt. Wir haben hier unsere originale Datei, die wir geöffnet haben. Hier haben wir unsere erste Retusche und hier haben wir die Kontrastverstärkung. Wir können also hergehen und können zum Beispiel die Träger deaktivieren oder aktivieren, ohne dass wir die Kontraste verlieren. Oder dass wir Farbmanipulationen verlieren. Das heißt, wir können unterschiedliche Ebenen aktivieren, deaktivieren, in der Deckkraft reduzieren. Warum auch immer das jetzt Sinn machen würde. Aber wir haben die Möglichkeit, auf unterschiedliche Bearbeitungsstände zugreifen zu können und sie in den Einstellungen jederzeit verändern zu können. Du erinnerst dich, das war im destruktiven Modus nicht möglich. Im non-destruktiven schon. Und das ist der große Unterschied zwischen destruktiv und non-destruktiv. Das heißt, ich kann jederzeit auf meine Bearbeitungen zugreifen. Und jetzt fangen wir mal an, das Ganze differenziert voneinander zu betrachten. Warum und wo kann das bitte sinnvoll sein? Pass auf. Wir starten mal mit der Situation, du bist selbstständig, Freelancer, angestellt, in einer Retusche-Agentur, angestellt, in einer Grafikagentur, wo auch immer. Und du arbeitest vielleicht in einem Team mit mehreren zusammen oder vielleicht projektbasiert, dass du für eine Zeitschrift, Broschüre, Katalog oder so die Bildbearbeitung übernimmst. Und das Ganze wird dann halt in InDesign oder in einem anderen Layout-Programm mit eingefügt, wo das Ganze dann weiterverarbeitet wird. Stichwort ist aber, du arbeitest in einem Team, wo du deinen Partner füllen musst. Jetzt kann es aber sein, und wir spielen jetzt mal den Gedanken weiter, dass wir Kundenkontakt haben. Das heißt, du arbeitest mit einem Kunden zusammen, der möchte, dass du dieses Bild ausarbeitest, warum auch immer, was auch immer das für eine Werbekampagne sein kann. Und du schickst ihm jetzt deine Ausarbeitung. Und der Kunde sagt, finde ich gut, aber ich hätte gerne noch beispielsweise, sagen wir mal, hier unten diese Kante rausgenommen. Die stört mich, die lenkt zu sehr ab. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Eindruck erweckt wird, dass das Fenster hier nach unten weitergeht und dass da kein Fensterbrett oder so ist. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie wir die Datei aufgebaut haben. Also, wir haben hier unseren Ebenenstapel und der ist differenziert in Farbe und Retourstaat. Das ist meine Arbeitsweise. Ich kann das jetzt mal alles aufklappen. Dann siehst du die Wucht an Ebenen, die hier vorliegen, wo wir sehr differenziert in unterschiedliche Situationen bzw. Bereiche reingegangen sind. Der Fakt ist aber, oder der Punkt ist, dass ich hier eine Veränderung der Farbe habe. Und hier alle meine Retuschen. Wenn der Kunde jetzt herkommt und sagt, okay, ich möchte jetzt das hier unten verändert haben, ich möchte das raus haben, dann haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können anfangen, das Ganze oben drüber zu retuschieren. Das heißt, wir legen uns oben drüber hier einfach eine Ebene an und fangen jetzt hier an, das Fenster zu retuschieren. Dann haben wir aber ein Problem und das können wir ja gerne mal machen. Ich nehme jetzt einfach mal den Kopierstempel, achte auch hier wieder darauf, dass ich alle Ebenen ausgewählt habe. Und jetzt nehme ich mir mal die Quelle hier auf und bringe das einfach mal nach unten. So, machen wir das mal relativ fix. So, ich will jetzt gar nicht weiter in die Erklärung gehen. Ich mache das jetzt auch nur quick and dirty, aber jetzt haben wir das Fenster hier verlängert und jetzt haben wir nicht mehr den Eindruck, als wenn dort eine Fensterbank zu sehen ist. Vielleicht schließen wir das hier unten auch noch genau ab. So. Was passiert jetzt aber, wenn der Kunde sagt, naja, aber pass auf, ich hätte gerne allgemein die Farbstimmung, die hast du schön getroffen, aber es ist mir zu grün. Mach das mal bitte ein bisschen zurück. Dann hast du jetzt auch hier wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lege mir eine weitere Ebene an, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Er hat gesagt, es ist zu grün, jetzt kann ich hier Richtung Magenta gehen, um das Grün ein bisschen rauszuziehen. Ich kann aber auch in meine bereits existierenden Ebenen reingehen und könnte sagen, im Bereich Look, was jetzt nur die Haare betrifft und die Haut, könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, okay, ich reduziere den grünen Anteil. Dann habe ich aber ein Problem und zwar alles, was über den Farbebenen liegt, wird nicht mit verändert. Und das ist ein großes Problem und deswegen würde ich dir an dieser Stelle nicht empfehlen, das Ganze immer wieder weiter oben drüber aufzubauen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, sondern geh lieber unten in deinen Retusche-Ordner rein und dann haben wir hier ja unterschiedliche Bereiche. Hier haben wir den Hintergrund, Retusche-Ebene und jetzt würde ich hier meine Fensterbank reinsetzen. Und sobald die Ebene unter meinen Farbebenen liegt, wird sie auch durch zukünftige oder durch vergangene Farbmanipulationen mit verändert. Das heißt, wenn ein Kunde herkommt und sagt, machen wir nochmal ein anderes Beispiel, gehen wir hier in die Person, wo haben wir denn hier eine Veränderung? Wir sagen mal, der Kunde sagt, das hier ist ihm zu glatt, er möchte hier bitte das Originale zurück, als Beispiel. Dann hast du natürlich im nondestruktiven Weg beim Arbeiten mit Ebenen den großen, großen Vorteil, dass ich jetzt hier in meinen Retusche-Ordner reingehen kann. Dann, ich gehe auf die Person, dann habe ich hier einen Ordner Haut. Wo sind wir hier? Dutch & Burn. Okay, Dutch & Burn und Haut. In Dutch & Burn habe ich hier diese große Veränderung vorgenommen. Jetzt gehe ich in meinen Ordner Dutch & Burn und kann natürlich dafür sorgen, dass ich hier jetzt die entsprechende Bearbeitung wieder zurücknehme. Wenn ich das nicht kann, dann müsste ich meinen bearbeiteten Schritt oben drüber noch einmal korrigieren. Und somit gehe ich in die Korrektur einer Korrektur. Und das ist Quatsch. Das ist qualitativ Quatsch. Das raubt einem Projekt sehr viel Zeit, kostet sehr viel Geld, weil du musst natürlich ansetzen und brauchst viel, viel länger Zeit, als wenn du es auf deiner originalen Ebene, wie hier, einfach zurücknehmen kannst oder die Bearbeitung weiter ausbauen kannst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und gerade im Projekt mit anderen zusammen oder wenn du mit Kunden arbeitest, wo die Gefahr groß ist, dass der Kunde am Ende sagt, da müssen wir nochmal ran, hier müssen wir nochmal was verändern. Dann brauchst du maximale Kontrolle. Dem Kunden ist das eigentlich vollkommen egal, ob du destruktiv oder nondestruktiv arbeitest. Der Kunde will einfach nur, dass du seine Wünsche erfüllst und somit ist der Gedanke, dass dem Kunden ist es wichtig, dass du destruktiv oder nondestruktiv arbeitest, ist dem eigentlich vollkommen egal. Der Kunde will immer nur das Ergebnis haben und wie du zu dem Ergebnis kommst, ist ihm ja egal. Hauptsache, es kostet meistens nicht zu viel Geld und du bist relativ schnell. Und das kannst du halt erzielen, erzeugen, erzielen, wenn du nondestruktiv arbeitest. Das heißt, in der Blase, in der Ausrichtung bist du hier wirklich gut aufgehoben und solltest dich wirklich mit der Thematik beschäftigen. Bist du selbstständig, brauchst du Unterstützung dabei, dann guck unten in der Videobeschreibung, trag dich für ein Gespräch, wo wir beide mal miteinander sprechen, für die Maschka-Akademie ein. Da bereite ich dich genau darauf vor, dass du halt zukünftig exakt diese Arbeitsweise aufbauen kannst und unfassbar schnell wirst bei guter Qualität und gar nicht mehr darüber nachdenkst, was es eigentlich bedeutet und wie baue ich das jetzt eigentlich auf und so weiter. Das Ziel dahinter ist, dass wir dich in die maximale Effizienz reinkriegen bei steigender Qualität und das resultiert automatisch dabei, wenn wir verstehen, wie wir hier vorgehen müssen. Ja, guck dir das an, guck dir die Akademie an und dann lass uns darüber sprechen, weil das wird deine absolute Abkürzung sein und das wird auch dein, ja eigentlich auch dein Umsatz stärker sein, weil du schneller in der Abarbeitung sein wirst und, also was resultiert daraus, dass du nicht mehr länger brauchst, als es im Angebot vielleicht fixiert ist. Okay, das heißt, wir brauchen nicht Stunden länger, als wir versprochen haben, nur um etwas zu korrigieren oder um den Kunden zufriedenzustellen. So, also Maschka-Akademie unten einmal abchecken. So, lass uns mal weitergehen und jetzt möchte ich gerade, wenn wir jetzt hier in diesem Beispiel sind, mal das ein oder andere, den ein oder anderen Irrtum mit aufgreifen, der oftmals weniger beschrieben wird, sondern den viele eigentlich so selbstverständlich für hinnehmen, auch wenn sie dir sagen, du musst non-destruktiv arbeiten, das ist ganz wichtig und tu dies. Ich gebe dir ein Beispiel, für diejenigen, die jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind und beispielsweise sagen, ich arbeite gerne mit der Frequenztrennung. Machen wir das mal. Wir gehen auf Fenster, Aktionen und dann habe ich hier in dem ganzen Wust meiner Aktionen irgendwo, jetzt muss ich hier, Workflow-Aktionen, die Frequenztrennung und die spiele ich jetzt mal ab. Und ich sage jetzt einfach mal, okay, und jetzt haben wir ja diese wunderbare Möglichkeit, in Anführungszeichen, Achtung, ansatzweise unser Bild in Struktur und Farbe zu trennen. Warum ansatzweise? Weil es nicht stimmt. Ich lasse das mal so stehen, ja, es stimmt nicht, dass wir unser Bild exakt in Struktur und Farbe trennen, sondern wir trennen es ansatzweise. Das kannst du für dich selbst kontrollieren, denn wenn du dir die Strukturebene anguckst, dann hast du hier nämlich Farben mit drin. Okay, und da kannst du die Frequenztrennung 1.0, 2.0, 2.5, 3.9 oder 10.20 nutzen. Du hast immer ein bisschen Farbe mit drin. Ja, wenn du die Möglichkeit für dich gefunden hast, dein Bild exakt zu trennen, dann hast du eine gute Trennung zwischen Struktur und Farben. Okay, also zwischen Helligkeiten und Farben. So, aber was will ich damit jetzt ausdrücken? Schau mal, wir haben jetzt hier vier Ebenen. An diesen vier Ebenen können wir jetzt relativ gut arbeiten und können jetzt sagen, okay, wir nehmen beispielsweise hier auf der Strukturebene mal etwas Haare weg oder fangen jetzt hier nochmal an, das Ganze rausrechnen zu lassen. So, und jetzt gehe ich mal auf die Farbebene und mache jetzt hier exakt das Gleiche. Also nehmen wir das hier raus. So, es sieht jetzt katastrophal aus, aber ich möchte dich jetzt hier auch nicht mit der Retusche langweilen. Der Fakt ist jetzt folgender. Pass auf. Wir haben das jetzt hier rausretuschiert mit der Frequenztrennung. Stell dir vor, es sieht ordentlich aus. Wir haben jetzt hier innerhalb der Frequenztrennung vier Ebenen. Und das ist genau der Punkt, wo viele nicht darauf eingehen, weil sie es entweder selber nicht sehen bei der Erklärung oder weil sie es schlicht und ergreifend verschleiern. Das Problem bei der Frequenztrennung, was wir jetzt haben, ist, wir sind aus einem komplett non-destruktiven Arbeitsschritt. Also, du erinnerst dich, wir sind hier komplett non-destruktiv gewesen. In dem Moment, wo wir die Frequenztrennung anwenden, wird unsere Bearbeitung destruktiv. Weil, schau dir mal an, was passiert. Ich kann alle Ebenen, alle Gruppen hier unten drunter aktivieren oder deaktivieren. Mein Erscheinungsbild verändert sich nicht. Es verändert sich einfach nicht. Weil wir unser Bild hier oben komplett zusammengefasst haben. Wir haben es zwar über mehrere Ebenen so aufgesplittet, dass es am Ende ein und dasselbe Bild wieder ergibt. Aber durch dieses Aufsplitten sind wir destruktiv geworden. Innerhalb der Frequenztrennung sind wir non-destruktiv, weil wir halt, wie gesagt, diese unterschiedlichen Darstellungen haben. Aber die ganze Bearbeitung wurde somit destruktiv. Hier gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick, wie wir aus diesem destruktiven wieder zum non-destruktiven werden können. Und das ist, dass du deine Frequenztrennung mit einer Ebenenmaske belegst. Ebenenmaske ran. Und jetzt würde ich dir empfehlen, die Ebenenmaske einfach umzukehren. Prinzip von Ebenenmasken. Alles, was weiß ist, ist eingeblendet. Alles, was schwarz ist, blendet die Ebene aus. Jetzt haben wir die komplette Frequenztrennung ausgeblendet. Und jetzt nimmst du dir einen Pinsel, weiße Forderungenfarbe und malst eigentlich nur noch die Bereiche wieder zurück, wo du die Frequenztrennung angewendet hast. In dem Bereich bist du jetzt destruktiv geworden. Aber durch die Ebenenmaske haben wir erzeugt, dass wir alle anderen Bereiche non-destruktiv wieder ansteuern können. Und das meine ich mit, es gibt Mittel und Wege, wie wir verschiedenste Situationen so aufbauen können, dass wir daraus wieder einen non-destruktiven Weg machen. Das hier, die Frequenztrennung, ist allerdings eine Situation, wo wir unsere Bearbeitung wieder destruktiv machen. Das musst dir bitte bewusst sein. Und das ist genau der Punkt, den, wie gesagt, viele für sich verschleiern oder einfach nicht sehen. Und es gibt viele solche Stolperfallen. Auch die Aussage, nutze Filter auf Smart-Objekten. Wenn ich jetzt einen Scharfzeichnungsfilter anwenden möchte, dann wird dir oft gesagt, füge alles auf eine neue Ebene zusammen. Also Shift, Alt, Command bzw. Steuerung und E. Okay, jetzt gehen wir auf Filter für Smart-Filter konvertieren, weil wenn wir jetzt nämlich einen Scharfzeichnungsfilter anwenden, ganz egal, ich übertreibe das jetzt mal, dass wir was sehen. So, dann haben wir durch den Smart-Filter jederzeit die Möglichkeit, auf unseren Scharfzeichnungsfilter wieder zugreifen zu können. Ja, ich kann jetzt hier reingehen und kann die Einstellung wieder verändern. Das Abstruse dabei ist, und das musst du bitte wirklich sehen, in dem Moment, wo du alles auf eine neue Ebene zusammenfasst, bist du destruktiv geworden. Das heißt, du hast hier jetzt keine Möglichkeit mehr, die Ebenen unten drunter zusammenzufassen, also hier wieder ein- und auszublenden, schweige denn zu korrigieren. Was du machen müsstest, ist, du musst die oberste Ebene deaktivieren. Jetzt kannst du die Frequenztrennung beispielsweise wieder verändern, jetzt musst du wieder hergehen, alles auf eine neue Ebene zusammenfassen, dann für Smart-Filter konvertieren und dann könntest du dir den Filter unscharf maskieren, einfach per Drag-and-Drop nach unten ziehen und die oberste Ebene löschen. Ja, das ist dein Weg, wenn du an den unteren Ebenen wieder was verändern möchtest. Ist halt auch irgendwie blöd. Was du hier machen kannst, ist, wenn du unbedingt so schärfen möchtest, dann könntest du deinen gesamten Bearbeitungsprozess nehmen. Also, nehmen wir mal Post und Original, packe ich jetzt mal in eine Ebene und das ist Retusche Rig und diesen ganzen Ordner packe ich jetzt über Filter für Smart-Filter konvertieren in einen Smart-Filter. So, was jetzt passiert ist, dass meine gesamte Bearbeitung in das Smart-Objekt hier hineinwandert und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, darauf zugreifen zu können. Und jetzt können wir folgendes machen und das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Wir können jetzt hier auf dieses Smart-Objekt über Filter irgendetwas anwenden. Ich mache jetzt mal irgendwas, macht jetzt keinen Sinn, aber Hauptsache wir sehen eine Veränderung. Ich nehme jetzt mal Ozeanwellen und so bestätige das und jetzt haben wir hier einen Effekt. Wenn wir jetzt etwas in unserer Bearbeitung verändern wollen, weil wir beispielsweise hier die Frequenztrennung wieder rausnehmen möchten, dann gehe ich in mein Smart-Objekt rein, suche mir die entsprechende Stelle, eine Frequenztrennung raus und ich nehme jetzt auch mal alle anderen Bearbeitungen raus. Und damit wir jetzt einen Unterschied sehen, mache ich jetzt mal folgendes. Ich lege mir einfach mal eine Einstellungsebene in Umkehren an. Dann wirst du jetzt den großen Unterschied sehen. Das heißt, sobald wir etwas innerhalb unseres Smart-Objektes verändern und wir jetzt das Smart-Objekt verlassen, indem wir einfach auf Datei schließen gehen. Ganz wichtig, wir müssen sagen, dass wir es speichern wollen. Dann wird das Smart-Objekt gespeichert und Achtung, jetzt passiert folgendes. Wie gehen wir dann unser originales Dokument zurück? Das Smart-Objekt wird aktualisiert und der Filter wird neu berechnet. Das heißt, jetzt sind wir wirklich non-destruktiv im Bereich der Filteranwendung auf unsere Bearbeitungsschritte. Vorher waren wir es nicht. Vorher mussten wir alles wieder neu zusammenfügen, Smart-Objekt, dann den Filter runterziehen. Hier haben wir die ganze Bearbeitung in einen Smart-Filter konvertiert, sind in den Smart-Filter reingegangen, haben dann die Bearbeitung vorgenommen, haben es geschlossen und dann wurde es aktualisiert. Okay, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich dir einmal geben wollte, wie wir aus einem destruktiven Weg einen non-destruktiven Weg machen können, ohne jetzt auf folgende Punkte einzugehen, wie Dateigröße. Ja, sie wird natürlich immens größer, wenn wir jetzt anfangen, so zu arbeiten, aber die Frage ist, wie ist dein Nutzenverhältnis dazu? Wenn du halt mit Kunden arbeitest und der Kunde dann sagt, ich hätte gerne da und da eine Veränderung und du musst jetzt 200 MB mehr speichern, sparst dir aber hinten raus eine halbe Stunde Arbeit, was im Gegenzug zu deinem Stundensatz eine Menge Geld sein kann dann, sollten es dir die 200 MB irgendwie wert sein, als Beispiel. Okay, weil das frisst ja irgendwie, ist ja heutzutage, ist ja Speicherplatz, vorsichtig gesagt, nicht mehr so das große Thema. So, das mal dazu, das wirklich mal dazu. Wie gesagt, ich bin jetzt auf viele Punkte nicht eingegangen, wie Dateigröße, wie wir damit umgehen im Allgemeinen, wie wir das handeln sollten. Benenne bitte deine Ebenen, gerade wenn du im Team arbeitest, ganz wichtig und behalte das auf jeden Fall für dich im Hinterkopf. Ja, bist du selbstständig? Unten in der Videobeschreibung einmal bitte für die Maschke Akademie einmal anschauen, dann sprechen wir darüber, wenn du hier Unterstützung brauchst, ich kann dir hier helfen. Wie gesagt, ich mache das seit 16 Jahren beruflich, seit über 16 Jahren und kenne da so die einen oder anderen Kniffe. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt und zwar, wie ist es denn eigentlich für Privat- und Hobbyanwender? Und das möchte ich hier wirklich ganz, ganz klar differenziert voneinander betrachten. Ich begrüße es sehr sogar, wenn jeder versucht, so non-destruktiv zu arbeiten, wie es nur geht. Okay? Und das in jeder Situation. Du hast ja auch die Möglichkeit, deine RAW-Datei an Photoshop zu übergeben und zu jeder Zeit auf deine RAW-Datei in deinem Bearbeitungsschritt wieder zugreifen zu können. Auch hier gibt es fiese Stolperfallen, da muss man ganz, ganz doll aufpassen. Und auch hier sagt man immer nur die halbe Wahrheit, wenn man sagt, übergib deine Datei als Smart-Objekt an Photoshop und du kannst jederzeit auf deine RAW-Datei zugreifen und hast den vollen Dynamikumfang überall dann, egal wo und wie du bearbeitest. Das stimmt nur halb, es kommt immer darauf an, wie du deine Bearbeitung am Ende aufbaust. Ganz wichtig. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, inwieweit das da überhaupt für dich interessant sein kann, wenn du jetzt nicht kommerziell unterwegs bist. Ich sehe leider viele, und das ist jetzt nicht böse gemeint, dass ich das nicht verstehe, warum es andere nicht verstehen, sondern ich sehe viele daran scheitern, mit dem ganzen Konstrukt Ebenen und Masken umzugehen. Das ist ja wirklich das A und O in Photoshop, wenn wir non-destruktiv arbeiten wollen und wenn wir einfach vorankommen wollen. Es ist das A und O, das solltest du dir mit als erstes anschauen, wenn du verstanden hast, wie Photoshop im Allgemeinen so ein bisschen aufgebaut ist von der Oberfläche her. Aber schau dir das auf jeden Fall an. Aber man muss halt tatsächlich auch einfach mal die Kirche dann im Dorf lassen. Viele versuchen Photoshop dahingehend zu benutzen, um halt gewisse Dinge zu tun, die halt Camera Raw, Capture One oder Lightroom nicht können oder was auch immer du benutzt, Phase 5 und was es nicht noch alles als Raw-Converter gibt. Aber sich von Anfang an darauf zu versteifen, die ganze Bildbearbeitung non-destruktiv aufbauen zu müssen, ist tatsächlich oftmals genau der Punkt, wo viele dann aussteigen, die Lust verlieren oder halt am Verzweifeln sind, weil sie halt nicht vorankommen, weil sie halt von Anfang an versuchen, das ganze Konstrukt für sich so aufzubauen, dass es halt zu jeder Zeit so funktioniert, wie ich es dir gerade gezeigt habe. So, aber wenn du halt die Werkzeuge und das ganze Thema drumherum nicht gescheit lernst, dann wird dir halt auch der Versuch, non-destruktiv zu arbeiten, von Anfang an tatsächlich zum Verhängnis werden. Weil wenn du nicht weißt, wie die Werkzeuge in diesem Modus funktionieren, wie der ganze Ebenenaufbau oder die Auswirkungen der einzelnen Ebenen zueinander wirklich funktionieren, wirst du am Ende halt tatsächlich damit wenig Erfolg haben. Und da verzweifeln die meisten daran und springen von Video zu Video zu Video zu Video, um irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Das heißt, wenn du am Anfang von Photoshop stehst, versteift dich bitte nicht darauf, von Anfang an non-destruktiv zu arbeiten. Nimm dir immer Stück für Stück irgendeine Thematik vor. Lerne erst die Werkzeuge, das Retusche-Werkzeug, den Pinsel, dann spielst du mal da ein bisschen mit rum, guckst, Einstellungsebenen fängst du dann plötzlich an, nicht mehr auf deine Ebene direkt anzuwenden, sondern über das Korrekturenfenster neu als neue Ebene in deinen Ebenenstapel hinzuzufügen. Und so fängst du langsam an, dich hineinzusteigern. Aber nicht von Anfang an, so wie es dir viele dann zeigen und sagen, du musst unbedingt non-destruktiv arbeiten. Nein. Es gibt eine viel wichtigere Regel. Und die ist viel, viel wichtiger als das non-destruktive Arbeiten. Dass du zu deinem Ziel kommst. Und wenn du Probleme damit hast, Smart-Objekte zu benutzen, dich mit 50 Ebenen gut zurechtzufinden und da ein gutes Maß der Bearbeitung zu finden, dann geh einen Schritt zurück und arbeite destruktiv. Es ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Und Hauptsache du kommst zu deinem Ziel. Das ist wirklich das A und O. Das ist auch selbst wenn du selbstständig bist und du kommst mit Ebenen vielleicht noch nicht so wirklich klar, hast aber einen Kunden und der möchte ein Ziel erreichen, der möchte, dass du irgendetwas ganz bestimmtes machst und du schaffst es aber non-destruktiv einfach nicht. Dann nimm doch einfach bitte in Kauf, dass du für diesen Zeitpunkt destruktiv arbeitest und bei Korrekturschleifen vielleicht ein bisschen länger brauchst, vielleicht etwas nochmal machen musst. Aber bevor du den Kunden nicht bedienen kannst oder die Deadline nicht einhalten kannst, versuche, so gut es geht, das Ziel zu erreichen. Und dann gehst du einen Schritt weiter und sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Workflow. Ich beschäftige mich jetzt, was es bedeutet, destruktiv abzulegen, non-destruktiv zu arbeiten. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal. Lerne nicht die Werkzeuge mit Smartobjekten, mit Filterkombinationen, mit Masken, mit Vektormasken auf einmal. Schritt für Schritt, fang mit leeren Ebenen an und lerne, wie Werkzeuge auf leeren Ebenen arbeiten. Und dann gehst du einen Schritt weiter. Dann fängst du an, mit Einstellungsebenen zu arbeiten. Und zwar nicht direkt auf Ebenen, sondern auf einzelnen Ebenen. Das heißt, du gehst auf das Korrekturenfenster. Also hier, sprich, Fenster, Korrekturen. Dann kommst du genau hier hin. Das ist dann dein Weg, wie du halt eine Einstellungsebene erzeugen kannst, die dann als neue Ebene in dein Ebenenstapel angelegt wird. Und erst dann fängst du an, dich mit Smartobjekten zu beschäftigen. Erst dann fängst du an, den Unterschied zwischen technischen Ebenen und nicht-technischen Ebenen zu verstehen. Wir können Verläufe erzeugen, die sind technischer Natur und die sind auf Pixelbasis. Das hat einen fundamentalen Unterschied in unterschiedlichsten Herangehensweisen. Oder in unterschiedlichsten Situationen. Also Schritt für Schritt, fang mit einer leeren Ebene an, dann die Einstellungsebenen, dann Smartobjekte und dann gehst du halt einen Schritt weiter. Aber wenn du bei Smartobjekten angekommen bist, dann bist du eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt, was das Thema non-destruktives Arbeiten bedeutet. Verzweifle nicht daran, guck erstmal, dass du zum Ziel kommst und dann versuchst du zu verstehen, warum du das nicht non-destruktiv geschafft hast. Und dann Schritt für Schritt das Ganze für dich erarbeiten. Ja, also, das ist der differenzierte Blick auf die nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn du Photoshop gerade erstmal lernst, mach es Schritt für Schritt. Verzweifle nicht daran, lass dir keinen Druck machen. Ja, also, nicht, ja, wie soll ich sagen, also, von anderen verunsichern lassen. Ja, selbst wenn du mal ein Bild postest, wo man dein Photoshop sieht, wo gegebenenfalls dann die einzelnen Ebenen zu sehen sind und du wirst dann darauf hingewiesen, naja, aber warum hast du jetzt hier dreimal deine Hintergrundebene kopiert und darauf gearbeitet, es ist vollkommen egal. Du bist zu deinem Ziel gekommen und wenn du am Ziel angekommen bist, dann gehst du einen Schritt zurück und beschäftigst dich mit deinem Ebenenaufbau. Aber erstmal das Ziel erreichen, damit du überhaupt erstmal eine Basis hast und damit du auch nicht gefrustet bist, weil der Frust entsteht nämlich, wenn wir halt durch solche Techniken aufgehalten werden und dann am Ende nicht unser Resultat in der Hand halten. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann und deswegen lass dich da bitte nicht verrückt machen und lass dich nicht verunsichern von anderen. Für uns im professionellen Bereich ist das natürlich alles Routine. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dass ich nondestruktiv aufgebaute Ebenen, Dateien bekomme. Aber das ist der professionelle Bereich. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Da sprechen wir über ganz andere Themen. Da sprechen wir über Geschwindigkeit, über Effizienz, über Wirtschaftlichkeit und über das Zusammenarbeiten mit anderen. Das heißt, da ist es auch gang und gäbe, dass du mit der einen Datei anfängst oder mit dem einen Schritt der Bearbeitung und jemand anderes macht dann daran weiter. Oder du arbeitest in einem Team an einem Katalog beispielsweise, dann hast du halt zwei, drei Bildbearbeiter, die dem einen Reihenzeichner zuarbeiten oder dem einen Artworker und der macht dann das ganze Design bzw. den ganzen Katalogaufbau und dann kriegst du halt einfach nur für denjenigen, der von euch gerade Zeit hat, dann kommt der Grafiker vielleicht und sagt, du pass mal auf, ich brauche hier bei der Datei, brauche ich vielleicht nochmal eine Blende, also vielleicht eine Abdunklung, damit die Schrift auf dem Bild besser zu sehen ist. So, und dann gehst du halt her und dann musst du dich halt relativ schnell in der Ebene oder in der Datei zurechtfinden. So, und da geht man sehr schnell eigentlich von dem Standard aus, dass man halt nondestruktiv arbeitet. Auch für den Grafiker ist es wichtig, weil, um mal einen Gedankenschritt weiterzugehen, wenn ich jetzt InDesign und Photoshop miteinander verknüpfe, ich kann meine Datei so aufbauen, dass der Grafiker in InDesign einzelne Ebenen von meiner Datei aktivieren oder deaktivieren kann. Und wenn ich halt so eine Abdunklung, so eine Blende einbaue und der Grafiker braucht sie nicht oder braucht sie vielleicht nur in einer bestimmten Intensität, dann kann er in InDesign das direkt steuern, ohne dass wir jedes Mal die Photoshop-Datei aufmachen müssen. Warum kann das wichtig und interessant sein? Stell dir vor, du hast halt einen Katalog und das sehen wir ganz oft, guck dir mal Broschüren und so weiter an, wo Bilder mehrfach platziert sind. Du hast ein Bild in groß, ja, das ist dann das Imagebild und da ist dann großer Werbetext drauf und dann hat man das Bild als Verkaufselement nochmal auf der Seite daneben und zwar in klein. So, in dem großen Bild brauchst du vielleicht diese Abdunklung. Du brauchst diese Abdunklung, damit der Text besser lesbar ist. Auf dem kleinen Bild brauchst du sie aber vielleicht nicht, weil dort kein Text über dein Bild drüber liegt. Und jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte das Bild zweimal abspeichern. Macht aber keinen Sinn, weil wenn du dann eine Korrektur auf diesem einen Bild hast, dann müsstest du ja beide Bilder bearbeiten. Ja, und so musst du nur ein Bild bearbeiten und es aktualisiert sich an beiden Stellen, weil der Grafiker selbst entscheiden kann, welche Ebene wo eigentlich ein oder ausgeblendet wird. Mehr will ich gar nicht, tiefer will ich gar nicht eintauchen, wenn du da zu dem ganzen Konstrukt wirklich mehr erfahren möchtest, weil es für dich vielleicht auch beruflich relevant ist. Unten in der Videobeschreibung, lass uns miteinander reden. Ich kann dir da definitiv helfen und das ist halt auch unser qualitativer Anspruch innerhalb der Akademie. Okay? So, also selbst wenn du sagst, du als nicht kommerziell unterwegs, wenn du jetzt nicht kommerziell unterwegs bist, möchtest die Bildbearbeitung richtig lernen, dann bist du natürlich auch herzlichst eingeladen. Okay? Das ist das, was ich dir heute zu dem ganzen Thema destruktiv und non-destruktiv mal erzählen wollte und das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt, mal ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das war interessant und spannend für dich. Wenn ja, dann aktiviere doch gerne die Glocke, abonniere den Kanal, lass mir gerne einen Daumen da und sag mir gerne mal, wie du zu dem ganzen Thema stehst. Wie weit bist du im Aufbau und im Arbeiten von non-destruktiven Ebenenaufbauten oder ist das, was ich dir jetzt gerade gezeigt habe, eigentlich genauso diese Stolperfalle, über die du halt unbewusst auch ständig drüberfällst? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, wie du zu dem ganzen Thema auch stehst und vor allem, wie dir das Video gefallen hat. Das ist mal ein etwas anderes Video gewesen, aber eine sehr, sehr wichtige Thematik, die bei vielen für sehr, sehr viel Verwirrung sorgt. Okay? Also, Daumen da lassen, Glocke aktivieren und lass mir gerne einen Kommentar da und dann freue ich mich, wenn du im nächsten Video auch wieder mit dabei bist und dann wünsche ich dir einen wundervollen restlichen Tag. Liebe Grüße. Danke.